So Leute, da laufe ich hier durch die Berliner Allee und da geht mir eine Sache durch den Kopf jetzt heute. Ist mir heute eingefallen. Leute, wer ist der breiteste Millionär in Deutschland? So Leute, da seht ihr das. Also ich laufe durch die Berliner Allee und kann hier jeden fragen, wer der breiteste Millionär in Deutschland ist und da weiß man Bescheid. Jungs, darf ich euch filmen? Wer ist der breiteste Millionär in Deutschland? Also ihr seht, egal wen ihr fragt, jeder weiß Bescheid. In diesem Sinne Leute, merkt euch das. oder was der breiteste Millionär in Deutschland ist. Also ihr seht, egal wen ihr seht, egal wen ihr seht. und wer ist der breiteste Millionär in Deutschland? Und ihr seht sie, egal wen ihr seht. Also ihr seht ihr heilt. Ihr seht ihr nemmet euch, wenn ihr seht ihr nemmet euch. Also ihr seht ihr nemmet euch eure Re Stanislavante.